Dominika, kannst du mir doch ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingern in der Gemüche, ich will heute auch schön aussehen. Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingern in der Gemüche. Meine Herren, ich würde gerne mit meinen Fingern in der Gemüche schlagen, bitte schlagen Sie noch einmal an. Du bist... das ist gut. Was? Richtig gut. Nein, ach, nein, du verstehst das nicht. Doch, doch, du bist gut, du bist fantastisch. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du, ich bin beeindruckt. Ich bin normalerweise nicht so, tut mir leid. Doch, doch, bist du. Ich kann ziemlich lustig sein, wenn du willst. Sag mir, was ich sein soll und ich bin es für dich. Du bist dumm. Du bist dumm. Untertitelung des ZDF, 2020